Hi, hier ist wieder Chris und in diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr bei LibreOffice Calc leere Zeilen ausblenden oder aber auch löschen könnt. Ihr seht ja, ich habe hier eine Datenbank und die Daten sind natürlich alle frei erfunden. Aber wenn ihr zum Beispiel so eine Listen anlegt, dann kann das ja mal sein, dass ihr Daten rausschmeißen müsst oder löschen müsst, weil die halt nicht mehr aktuell sind oder weil beispielsweise Kunden sich auch abgemeldet haben oder was auch immer. Also je nachdem kommt es natürlich immer vor, dass Leerzeilen entstehen können und um diese jetzt erstmal auszublenden, müssen wir nur folgendes tun. Ich markiere mir einfach die gesamte Tabelle und zwar klicke ich hier auf Zelle A1, gehe dann ganz nach unten und zwar auf die rechte unterste Zelle mit der Shift-Taste, also größer Taste, klicke ich hier rauf und dann ist die ganze Tabelle im Prinzip jetzt erstmal markiert. Wir gehen dann hier auf dieses Filter-Symbol, ich klicke hier einmal rauf und dann bekommen wir hier oben lauter so eine kleine Pfeile und hier können wir zum Beispiel jetzt Filter setzen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich möchte zum Beispiel hier ein Filter setzen, klicke ich jetzt rauf, bekomme hier so ein kleines Dialogfeld und ihr seht schon hier ist ein Eintrag, der leer heißt. Und wenn wir hier das Häkchen zum Beispiel wegnehmen und auf okay klicken, dann haben wir zum Beispiel jetzt erstmal schon die Tabelle ohne die leeren Zeilen. Die leeren Zeilen sind allerdings noch da, also das wäre eine Möglichkeit, ihr habt jetzt einen Filter gesetzt. Man muss natürlich immer auf die Filter achten, dass die auch aktiv sind, nicht dass ihr mal einen Filter drin habt und euch nicht alle Daten angezeigt werden. Also das ist schon immer sehr sehr wichtig, ihr seht anhand von diesem kleinen Symbol in diesem Kästchen hier oder in diesem Button, dass hier ein Filter gesetzt ist, auch an der Farbe. Und hier seht ihr auch schon, wenn ihr mal guckt, hier 12, 15 an den Zeilnummerierungen hier, dass dann halt auch Lücken sind. Wenn wir die jetzt allerdings auch löschen wollen, das heißt wir wollen die nicht immer nur filtern, sondern wir wollen die komplett weg haben, dann macht ihr folgendes, ihr klickt jetzt hier rauf und lasst euch im Prinzip nur die leeren Anzeigen. Das heißt, wir klicken einmal hier rauf, dann ist momentan zwar alles ausgewählt, dann klicke ich nochmal rauf, dann sind alle deaktiviert und ihr seht, kein Häkchen ist mehr gesetzt und dann können wir jetzt entweder sagen leer oder wir klicken halt hier rauf und sagen okay und dann werden uns jetzt nur noch die leeren Zeilen angezeigt. Ja klar, sieht man nichts, aber wenn man sich das hier anguckt, 13, 14, 29 und so weiter, das sind alles die leeren Zeilen aus dieser ganzen Datenbank sozusagen jetzt oder aus der Tabelle und dann markieren wir uns das einfach, ich klicke hier rauf und ziehe mit der linken gedrückten Maustaste das einfach hier runter und markiere sozusagen alle Zeilen. Und da ich ja nicht weiß, ja wo hört das eigentlich jetzt auf und so geht einfach noch ein Stückchen weiter runter, spielt ja keine Rolle. Das sind ja nur leere Zeilen, die sowieso verschwinden sollen. Das heißt, markiert euch das, rechte Maustaste und dann geht ihr auf löschen. Hier bei ausgewählten Zeilen löschen, zack und dann sind alle weg. Ihr seht, jetzt fängt das bei 102 an, dann fragt ihr euch natürlich, wo sind meine Daten? Klar, wir können jetzt im Prinzip direkt hier wieder auf dieses Symbol klicken, dann ist der Filter weg. Also je nachdem, wenn ihr natürlich noch andere Filter habt, solltet ihr das nicht machen. Dann solltet ihr hier nur den Filter für die leeren wieder rausnehmen oder alles markieren. Also ihr könnt jetzt im Prinzip das so machen, dass ihr sagt, okay, alles, zack und okay, zack und dann wird alles angezeigt. Und ihr seht, die Leerzeilen sind alle verschwunden. Und selbst wenn ich jetzt den Filter hier wegnehme, klar, alles bleibt so, wie es war, nur ohne die leeren Zeilen. Das war es eigentlich auch schon. Ich hoffe, der ein oder andere konnte mit dem Tutorial was anfangen. Ich würde mich jedenfalls freuen, freue mich über einen Daumen hoch und wenn ich euch natürlich bei weiteren Tutorials dann wieder sehe. Alles klar, bis dann. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.